Heute zeige ich euch an der PlayStation 5, wie ihr den Mikrofonpegel einstellen könnt. Wenn ihr zum Beispiel in einer Party nicht richtig zu hören seid, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Als erstes müssen wir dazu in die Einstellung. Dazu gehen wir mit dem Steuerkreuz hoch und rechts bis auf Einstellung. Dann gehen wir hier runter auf Ton und gehen hier rechts auf den Menüpunkt Mikrofonpegel anpassen. Einmal einen Klick drauf. Und hier seht ihr jetzt schon, wie der Mikrofonpegel ausschlägt, wenn ich rede. Je nachdem, was für ein Mikrofon ihr habt, müsst ihr das unterschiedlich einstellen. Ich zeige euch das jetzt anhand vom Controller-Mikrofon. Um den Mikrofonpegel anzupassen, müsst ihr unten auf die Schaltfläche, aktiviert die mit X. Und hier müsst ihr schauen, dass ihr ungefähr 90% von dem Pegel ausfüllt. Dann ist das eigentlich richtig eingestellt. Wenn das Mikrofon zu laut eingestellt ist, übersteuert es ständig. Das heißt, es ist auch unangenehm für die anderen Partymitglieder. Wenn ihr die ganze Zeit im grauen Bereich seid, ist euer Mikrofon zu leise eingestellt. Die Leute hören euch nicht richtig. Deswegen so 90% ungefähr einstellen, dann passt es. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.